Hier geht's nicht um ne Kneipenschlägerei. Oder ein Krieg mit nem Benzinkanister, der nen Penner anzünden will. Das hier ist ein großes Ding. Diesmal wird Blut fließen, und zwar literweise. Wie in den alten Tagen, den bösen Tagen, den Fress- oder Stirbtagen. Sie sind wieder da! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fast mit der Monarchie, ich bin bei der Übergabe und ich bin mit der Monarchie am Türkei. Untertitelung des ZDF, 2020